Hallo, im Namen der GWG Halle-Neustadt begrüße ich Sie recht herzlich zu unserer Fitnesseinheit Gesund und Vital. Mein Name ist Danny Walter, Athletiktrainer der Handballmannschaft SV Union Halle-Neustadt TV. Gemeinsam mit der Spielerin der Wildcats Lea Gruber zeigen wir Ihnen einfache Übungen, die Sie zu Hause nachtouren können, um Ihre Fitness zu verbessern. In unserem dritten Teil habe ich Ihnen Übungen zur Kräftigung des gesamten Körpers, der Bein und der Rumpfmuskatur mitgebracht. Dazu brauchen wir heute einen Stuhl. Wir setzen uns gleich einmal auf unseren Stuhl und beginnen damit das rechte Bein anzuheben, strecken dieses nach vorn, halten es für 1-2 kräftige Atemzüge, winkeln wieder an, setzen ab, gehen dann auf das linke Bein, strecken dieses nach vorn, wieder 1-2 tiefe Atemzüge halten, setzen ab. Wir wiederholen das Ganze noch einmal, rechts anheben, strecken, kräftig durchatmen, absetzen und nochmal auf links wechseln, heben, nach vorn strecken, absetzen. Als nächstes nehmen wir die Hände zusammen, drücken diese kräftig zusammen, halten das Ganze auch für 1-2 kräftige Atemzüge und drehen uns jetzt nach links, der Blick wandert mit nach links, wir kommen wieder zur Mitte, bewechseln nach rechts und gehen wieder zur Startposition zurück. Als nächstes kommt ein Zug, die Finger greifen aneinander und wir ziehen diese auseinander. Achten Sie darauf, die Schulter wieder kräftig zusammenzuschieben, Körpermitte anspannen, kurz halten und dann ganz wieder lösen. Zuletzt Hände auf die Oberschenkel platzieren, Schultern nach unten ziehen und noch einmal kräftig Druck aufbauen. Ich zähle runter von 5, 4, 3, 2, 1 und wir haben es geschafft. Ein gutes und effektives Training benötigt natürlich auch eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Dafür haben wir zum Schluss für Sie noch einen einfachen Ernährungstipp. Viel Spaß beim Nachturnen der Übungen. Diese finden Sie im Internet unter gwg-halle.de. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.